Freunde, ich habe mir jetzt mal im Internet geguckt, mit diesem Treasurer, sag ich mal. Ja, da habe ich jetzt ganz kurz mal drüber geguckt und da habe ich einen, das hat auch einer geschrieben, wo ist der Schatz oder so. Ja, da hat jemand geschrieben, man sollte in der Kirche den ersten, dritten und vierten Hebel umlegen. Das hat bestimmt was zu tun mit dem Durchlesen, mit dem Namen. Der war nämlich da drin. Aber naja, ja, da wollte ich ja gleich, ich denke, ich denke, ich möchte jetzt runterspringen. Okay, nein. Oh, da wurde ich gerade angeschrieben. Äh, muss ich kurz schreiben, soll ich schon eine Aufnahme sagen? So, wie lange läuft das? Eine Minute her. Okay, ich habe natürlich auch vergessen. Minuten. Tut mir leid, Leute. Oh, da soll ich jetzt gehen. Hö! Hä? Da leuchtet es aber. Ah! Cool. Boah, ich bin gerade erschrocken, Alter. Mann! Der liebe Schlumpf hier. Schreiben. Ich habe, im Hintergrund habe ich Klicker jetzt laufen. Oh, ich habe zu schreiben. Oh, mein Gott, Philipp! Oh! Manchmal, also wenn du dieses Video gucken sollst, Philipp, manchmal hasse ich dich ein bisschen. So, okay, jetzt haben wir den Treasurer. Okay, gut, dann war das Buch. Zum Glück. Nicht. Oh, ich habe schon Angst gehabt. Okay, dann war das Buch eigentlich gehalten. Äh, war es. Der erste Schalter, wenn man umlegen sollte. Ja, jetzt habe ich leider sozusagen ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, äh, das haben wir nicht gelöst, aber ich hätte jetzt einfach Angst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ja, und da war, da bin ich darauf geschlafen. 2. So. Mal gucken, äh, das Wasser, also brauchen wir einen Klick. Also, das ist eigentlich ein Neukäst. Lauf ich nochmal durch diese Straße. Ah, ne, der eine Typ wollte irgendwas von unserer Farm haben. Warham oder so. Was denn das ist? Ne, unsere. Nein, nicht. Ja, genau. Wasser-Turm-Farm. Lalalalalala. Da war ja auch noch irgendwas. Mensch, das hinkt hier ab. Ah, mein Auge. Aua. Oh, ich muss kurz raus... Oh, Moment. Ich muss kurz meine Auge rausnehmen. Oh. Aua. Oh, schön mit Wasser ganz sauber machen. Oh, dann wieder reinstopfen. So. Und noch ein bisschen gerade rücken. Oh, so. Oh. Kann schon wieder gerade laufen. Oh. 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 Okay. Oh. hier müssen wir irgendwas in unserer form ich weiß gerade nicht deutsch heißt ich muss mich mal kurz mal ein schlaues Handy gucken das ist ja eine Nieten eigentlich wie ihr wisst ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt geschrieben habe irgendwie muss mir mal eine andere App runterladen ich weiß nicht ob ich es hier kommen will mit der Weed zusammen das hier, also was war es eigentlich oh ich hätte gar keinen Weg hat er gefunden ja so, naja ich weiß nicht, dass es hier dabei ist ich weiß nicht, dass es hier dabei ist das ist ja wohl hier kommt man nicht rein, also ich weiß nicht was da kommt man nicht rein auch anscheinend nicht hier ist mal gucken ob das hier ist hier das ist ja auch nicht ich hab's anscheinend auch falsch geschrieben hier why ich bin so schlecht an englischer mann ist das da ich bin die eine wollte der Brot haben kein Weizen mal Kinder auch ganz auf der Seite streiten ich bin ein typ der unter einer kuppe gefangen ist und ich muss die ganze arbeit alleine machen was nicht toll es ist jetzt erklärt die war bei meiner form bei dieser tippe war bei meiner farm oder weiter hinten mein auge ich glaube ich muss so machen kann dass man die leute mehrmals komisch ansprechen kann als nachfrage also wer sind lockt oder typen alles bereit schreibt er braucht ok muss ich gleich schon wieder im internet schnitz um um Die Betriebe-Triebe-Triebe-Triebe-Found-at-A-Parking-Loft-A-Doll-Fall. Die Multiple-Agen-Kinden-Spiele-Triebe-Triebe-Triebe-Triebe-Triebe-Found-A-BEN-A-Pisko-Fallöte-Triebe-Triebe-Triebe. in der Fahndersanleitung Chess ich möchte euch jetzt ja nicht so machen hier aus der Aufnahme müssen so noch irgendjemand Alter, hab ich jetzt wieder erschrocken. Was ist denn hier los? Was ist denn hier zogen? So eine Entwebschung. Ich töte dich mal. Das erschreckt mich. Hat mich erschreckt. Ich will doch nur hier überwinden. Warte, ich spiele mal auf Englisch. Moment. Sprache. Englisch. Ah. Wir wissen ja, was Weed ist. Aue. Weed und Weed. Das war, glaube ich, falsches Weed. Weed ist irgendwie beschrieben. Das ist Gras, meine ich. Aber, yes, sie. Ich weiß gerade, sehe ich nicht so. Also, im Sweet verstehe ich das eigentlich, dass Gras so raucht. Ich gucke mich jetzt nicht. Weil irgendwas bei uns, meine ich. Gucke ich mir nämlich hier mal auf. Das Barzimmer. So. Ja, kann man auch. Irgendwo, irgendwo. So. Ach. So. Hier, irgendwie was. Was ist das denn hier? Wie wollte man da? Ich habe gar nicht gesehen. Was ist das denn hier? Sieht doch ein bisschen aus wie Gras oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin ich auch noch nicht durchgegangen. Wie kann ich denn hier zu den Pferden sein? Muss das denn auch irgendeine Bedeutung haben? Ah, warte mal. Das ist eine Truhe. Arrow? Ich bin ich auch noch nicht durchgegangen. Jetzt habe ich hier Pferde erschossen. Warum kriege ich nur einen Arrow? Äh, ein paar Arrows sind ein Bogen. So. Ich habe jetzt überhaupt angeschrieben. Ach. Was ist denn? Ich nehme den Pferd rein. Mann, Philipp, hör auf, um mir zu schreiben, wir schon aufnahmen. Ich verstehe das nicht. Mann. Ich habe die Pferde umgebracht. Jetzt ehrlich, ich denke. Ich weiß, dass du ein bisschen leben wirst. Oh mein Gott, Philipp. Oh mein Gott, Philipp. Warum habe ich denn jetzt die Wapen Arrow bekommen? Ich weiß nicht. Da ist ein Arrow. Ach, ich sage immer nur Arrow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Show sagt jetzt nichts. Da stand ja was von der Chess. Aber, ja. Aber trotzdem, warum habe ich jetzt hier das bekommen? Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi. Ich habe noch nie überhaupt weiß, wie ich wirkliche Idee der Fall hatte. Oh mein Gott. Oh, dass ich ziemlich verpeilt bin. Ziemlich verpeilt bin ich. Meine Fresse, meine Fresse, was geht denn heute mit mir wieder? Ob, hier, hier. Vielleicht dein Weg. So. Hüpf, 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 hüpf. Boah, ich habe mich gerade trotzdem irgendwie vorgeschrieben. Aber jetzt müssen wir trotzdem noch zu irgendjemanden. Woll. So. Oh. 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 Wir sollen... Den Tanktypen umbringen. Okay. Aber die Musik fand ich gut. Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dum-Dum. Gib mir all dein Geld. Ich glaub das nicht! Ich wurde dazu gezwungen.. Gegen dir klebt nicht nur Pferde und Kuhblut an meinen Hängen, sondern auch Menschenblut ja ich auch töten scheiße ich mache wenn ich hier die Folge im Vorweg noch die zwei letzten Level wir machen und in die wieder gehen wir haben jetzt Menschenblut an und so aber naja mussten wir machen für den Schalter naja sag ich danke fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Video und ja, ciao haut rein eure Bloody, ciao